Legen wir mal los. Heute ist ein schönes Thema. Hat große makroökonomische Relevanz. Viele von Ihnen kommen vielleicht aus der Betriebswirtschaftslehre. Dann sieht man genau, wo Schnittstellen liegen können zwischen dem, was wir hier unterrichten und den Geschehnissen am Finanzmarkt tagtäglich. Ich werde die heutige Vorlesung in zwei Themen aufspalten. Sozusagen die Finanzmärkte im Allgemeinen. Einige Prinzipien und Folgen der Finanzmarktgeschehnisse für die Makroökonomie. Zweitens werde ich ganz genau anpeilen auf den Wechselkurs. Als Beispiel, wo die Konzillanz oder die Übereinstimmung zwischen kurz und langer Frist sehr wichtig ist. Und gerade auf die Begriffe, die wir in Marco I gelernt haben, zurückkommt. Also letzte Woche ist natürlich Gegenstand der Zusammenfassung. Dann möchte ich mal allgemein über Finanzmärkte referieren. Einfach anhand von mehreren Beispielen, wie die Interaktion, die Schnittstelle zwischen Finanzmärkten und Konjunktur zum Beispiel, aber auch Wachstum sich finden lässt. Und dann möchte ich anhand von mehreren Beispielen das beleuchten. Vor allen Dingen an den Devisenmärkten. Devisen, also ausländische Währungen, sind letztendlich nichts anderes als andere für andere Finanzaktiver. Und die werden gehandelt, obwohl sie auch Bankverbindlichkeiten sind gleichzeitig. Das heißt, die Dollar, die gehandelt werden, werden nicht angefasst werden können. Das sind Verbindlichkeiten von Geschäftsbanken, die auf Dollar laufen. Es gibt auch Euro-Bankverbindlichkeiten, die auch im Devisenmarkt gehandelt werden. Es ist letztendlich doch ein Markt für Bankbilanzen. Und deshalb sind die Banken auch immer impliziert. Die Banken haben mehrere Funktionen in unserer Volkswirtschaft. Die stellen ja die Zahlungsmittel dar. Die nehmen Kredite von Wirtschaftssobjekten und geben diese Kredite weiter. Intermediäre Funktionen und die machen andere Dinge auch. Die handeln zum Teil auch für andere Kunde oder für das eigene Konto. Und das hat auch für die Devisenmärkte Implikationen wie für das ganze System. Und dann möchte ich die längerfristigen Bestimmungsgründe des Wechselkurses beleuchten. Und wie lässt sich das alles in Einklang bringen? Also es geht wirklich um die Übereinstimmung von kurzer Frist und langer Frist. Genau wie wir in Marko 1 und Marko 2 immer sagen, also eine Folge von kurzen Fristen muss irgendwie mal auf eine lange Frist kommen. Genau so ist es bei der Bestimmung des Wechselkurses. Letzte Woche hatten wir die, das ist wahrscheinlich das wichtigste Handwerkzeug für Bachelor in diesem Bereich entwickelt. Wir haben das hinreichend flexibel gemacht, dass man nicht unbedingt auf den Rechner angewiesen ist, um Fragen zu beantworten. Ich bin großer Fan von zweidimensionale Abbildungen von den interessanten Ereignissen, soweit es geht und soweit, solange wir verstehen, dass es Beschränkungen dieser Analyse geben kann. Zunächst einmal im ASAD-Rahmen haben wir die wichtigsten endogene Variablen erfasst sozusagen. Wir haben das Wachstum bzw. die Abweichung von einem Trend-Output. Insofern ist die ASAD-Analyse eine konjunktuelle Analyse. Nicht vergessen, obwohl lange Frist da als Backdrop, als Hintergrund immer im Gespräch bleibt. Und dann gibt es die Inflation. Die Inflation ist für die meisten Länder der entwickelten Gruppe von Ländern auf der Welt im Moment kein Problem. Aber es gibt Ausnahmen und es gibt auch die Vermutung, dass diese Lage nicht der ganz langfristigen Geschichte entspricht. Irgendwo mal kommt Inflation wieder. Wir müssen vielleicht mental darauf vorbereitet sein, um zu verstehen, worum es geht. Es geht um die allgemeine Entwertung des Geldwertes und das heißt auch, dass Wirtschafts-Subjekte damit klarkommen müssen. Also wir hatten zunächst einmal drei Anker, sozusagen eine Analyse entwickelt entlang von drei verschiedenen festen Punkten. Zunächst einmal die AS-Kurve wurde festgenagelt durch die Erwartungen der Wirtschafts-Subjekte. Wir haben das verallgemeinert als Co-Inflation bezeichnet aus vielen Gründen. Zunächst einmal könnte man die Frage stellen, ob die Erwartungen tatsächlich immer rational sind, im engeren Sinne. Ich bin eher der Meinung, dass die Menschen sich nicht langfristig täuschen lassen. Aber auf jeden Fall muss man alle möglichen Hypothesen da unterhalten. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass bestimmte Vertragsstrukturen verfestigen Erwartungen, die in der Vergangenheit getroffen sind. Und die Entscheidungen leben sozusagen weiter in Verträgen, die etwas längere Frist haben oder Fristigkeit haben. Und daher diese Erfindung einfach mal das als Co-Inflation oder als, ja es gibt verschiedene Erwartungen, Bezeichnungen dafür, als Anker. Und wenn diese Erwartungen der Realität entsprechen, würde man sagen, dass diese Kurve sich befindet in einer Lage, wo der Schnittpunkt tatsächlich die Lage der Kurve bestimmt und bei den tatsächlich realisierten Inflationen. Das ist keine Bestimmung, eine keine eindeutige Bestimmung des Gleichgewichts. Dafür brauchen wir eine zweite Kurve, die sogenannte AD-Kurve. Das gibt ganz im Wesentlichen wieder, in welchem geldpolitischen Regime man sich befindet. Und Inflation wird nur langfristig durch das eigene Land beherrscht, wenn die Zentralbank die Unabhängigkeit besitzt. Das heißt, nur bei flexiblen Wechselkursen ist die Inflationszielsetzung der Zentralbank überhaupt relevant. Das heißt, im Falle der flexiblen Wechselkurse ist die Zielinflation der Anker, der tatsächlich das langfristige Gleichgewicht bestimmt. Ansonsten ist die Inflation im Ausland entlang, wo man den eigenen Wechselkurs festlegt. Und Abweichung davon führt tatsächlich zurück oder zu Namen der aggregierten Nachfrage. Also insofern zwei Kurven, ein Schnittpunkt, alles gut. Und langfristig muss es konsistent mit dem wachstumsgenerierten Potenzial einer Volkswirtschaft, also wozu sind wir überhaupt langfristig fähig. Das ist die harte Arbeit von mehreren Jahren, wenn nicht Jahrzehnten von Investitionen, um die Bereitschaft im Wirtschaftsprojekt überhaupt zu leisten, Güte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen. Das haben wir als eine senkrechte LAS-Kurve bezeichnet. Und das Outputniveau haben wir als Y-Querbalken bezeichnet. Man kann auf das Solo-Modell zurückgreifen, um die primitiven Bestimmungsfaktoren dafür zu finden. Aber letztendlich, wenn man das normalisiert, um dieses Potenzial Y-Querbalken, hat man die Outputlücke. Das heißt, in vielen Abbildungen, vielleicht in der Klausur würde ich Sie bitten, das mal zu skizzieren. In der Regel zeichnen wir das um Null, um die Abweichung, die sogenannte Outputlücke, wie ich schon mal angedeutet habe. Also das ist eine sehr ausführliche Zusammenfassung, weil es sehr wichtig ist. Alles, was noch folgt in dieser Vorlesung, ist relativ beispielbasiert, anwendungsorientiert. Und der Kern, den Sie weitertragen sollen, ist eben in den letzten zwei, drei Vorlesungen behandelt worden. Und ich rege an, dass Sie sich mal Kapitel 13 im Lehrbuch auch noch mal zu Gemüte führen. Dann haben wir letztes Mal auch gesehen, dass das Regime der Wechselkursbestimmung tatsächlich die Zentralbank bindet, auch in Bezug auf die Inflation. Bei flexiblen Wechselkursen haben wir ja gesehen, dass tatsächlich die Geldpolitik ein Leben hat. Wenn nicht, dann ist man als Zentralbank eher so Auszuführende für andere Ziele, die woanders gesetzt werden. Und man hat sich damit abgetan. Also man hat sich damit abgefunden, dass man die Inflation von anderen Ländern einfach mal akzeptiert. Also das beste Beispiel, das Lehrbuchbeispiel ist eben Dänemark. Kleines Land, also ein sehr erfolgreiches Land, hat trotzdem gesagt, also wir hängen unseren Mantel an dem Haken des Euro und mal sehen, was dabei passiert. Die Zentralbank von Dänemark hat letztendlich nicht sehr viel zu tun, als den Wechselkurs zu managen. Auf jeden Fall der flexiblen Kurse kann man tatsächlich was Interessantes ableiten und ich habe das in Bezug auf die AS-Kurve und die AD-Kurve mal gemacht in den letzten zwei, drei Vorlesungen. Die AS-Kurve, die Ableitung entlang der sogenannten Rotenberg-Modellierung, wo man die Firmen mit Kosten und Vorteilen von Preisänderungen entgegensetzt und die Firmen müssen sich selber entscheiden, wie häufig die Preise geändert werden. Diese Modellierungsstrategie hat Vor- und Nachteile, die man vertiefen kann, zum Beispiel bei meiner Makro-Vorlesung Konjunktur- und Beschäftigungstheorie. Wie gehen wir ganz, ganz genau darauf ein? Es gibt eine Alternative, die sogenannte Caldo-Darstellung. Calvo hat sozusagen durch den gordischen Knoten geschnitten und gesagt, wir nehmen einfach an, dass die Firmen einfach mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ihre Preise ändern und man kriegt im Prinzip dieselbe Preisdynamik wie bei Rotenberg. Aber bei Rotenberg hat man wenigstens die Aufstellung eines Optimierungsproblems unterstellt und dieses Optimierungsproblem gewährleistet, dass Politikänderungen mit berücksichtigt werden bei den Wirtschaftsobjekten, nicht der Fall bei der Calvo-Modellierung. Wenn das Sie interessiert, werden Sie das sicherlich in Zukunft häufiger sehen. Ganz wichtig ist, dass auf der Nachfrageseite haben wir die sogenannte Robinson Crusoe-Strategie von letztem Semester erweitert. Wir haben das auch unendlich viele Perioden erweitert mit Unsicherheit berücksichtigt in einem ganz einfachen Beispiel. Wir haben festgestellt, dass die Kernbefunde von dem Robinson Crusoe im Makro I tatsächlich standhalten, nämlich der Zins, der reale Zins, sehr, sehr entscheidend ist für die Konsumplanung des Haushalts. Je höher der Zins, desto niedriger der gegenwärtige Konsum gegenüber der Zukunft. Das heißt, also dieses ganze intertemporale Modellierung von Konsum bestimmt letztendlich das Profil der zeitlichen Abwicklung von Konsum und nicht unbedingt das Niveau. Wir haben auch gelernt, dass das Konsumverhalten bestimmt wird durch das wahrgenommene Vermögen der Haushalte. Das heißt, ein gegebenes Modell kann mit einem beliebigen Profil verbunden werden oder konsistent sein, je nachdem, wie reich oder wie arm sich die Konsumenten fühlen. Zum Beispiel, wenn die Konsumenten relativ gut ausgestattet sind und der Zins relativ niedrig ist, wie heutzutage, würde man erwarten, erstmal hohes Konsumniveau absolut und zeitliche Abwicklung relativ flach. Und das ist ungefähr, was man in den meisten OECD-Ländern hat, zum Teil gerade in Skandinavien oder so weiter. Mit den niedrigen Zinssätzen gibt es wirklich keine großen Anreize für Haushalte gegenüber der Zukunft zu sparen. Aber auf der anderen Seite gibt es, wie immer, Einkommens- und Substitutionseffekte. Und wir haben auch gesehen, gerade in dem Modell vor zwei Wochen, letzte Woche, dass bei bestimmten Fällen, beim Carp Douglas-Fall zum Beispiel, dass diese Einkommens- und Substitutionseffekte von Zinserhöhungen sich ausgleichen, sich aufheben letztendlich. Und dass der Konsumplan eines Agenten in diesem Fall eigentlich eine konstante Anteil, ein konstanter Anteil des verfügbaren Einkommens ist. Ja, das ist eine Vereinfachung natürlich. Also mit komplizierten Modellen kann man andere Profile abbilden. Auf jeden Fall, diese Euler-Gleichung ist wichtig, also gegeben der zukünftig erwarteten Konsumausgaben. Was mache ich heute relativ zu dem? Das wird bestimmt durch den Differenzbetrag zwischen dem erwarteten Zins und der Diskontrate. Und ganz wichtig ist diese Taylor-Regel. Die ist die Übersetzung der Wirtschaftslage real durch die Zentralbank in einem Nominalzins. Diese Taylor-Regel ist nichts anderes als eine Zins, als eine Faustregel für die Findung der kurzfristigen Zinssätze. Und diese baut schon ein, die Zielerwartung, die Zielsetzung der Zentralbank bezüglich der Inflation. Die Zentralbank bestimmt letztendlich und langfristig die Inflationsrate bei flexiblen Wechselkursen oder bei einer geschlossenen Wirtschaft, wie hier behandelt. Und daher ist diese Ziel-Inflation der Zentralbank letztendlich ein Ausdruck dessen, dass die Zentralbank letztendlich langfristig durch die Geldpolitik die Inflationsrate bestimmen kann. Und wer das answeifelt, muss irgendwie damit klarkommen, wie in Entwicklungsländern, wo die Inflationsrate über 100 Prozent liegt. Das kann kein Zufall sein, das ist nicht eine Kumulation von Bad Luck. Das ist eigentlich Zentralbankpolitik. Das muss man wirklich ganz deutlich immer wieder sagen. Und dann zum Schluss in dieser Vorlesung haben wir, für die Leute, die gerade gekommen sind, die machen eine sehr, sehr lange Ausführung über die letzten Wochen, weil die sehr wichtig sind. Das ist eben Kern der Lehrinhalte in dieser Lehrveranstaltung. Und alles, was darüber hinausgeht in anderen Kursen, wird nichts anderes als eine Formalisierung dieser Ideen. Ja, insofern, jetzt kommen wir zum Hauptthema. Das ist sozusagen der Hauptgang heute, nämlich die Finanzmärkte. Und ich habe, wie gesagt, versucht mal diese Vorlesung zu strukturieren, indem ich zunächst mal die Finanzmärkte allgemein, ein paar Prinzipien vorstelle, die uns immer im Kopf begleiten sollten. Die sind eigentlich sehr logisch. Einige Leute brauchen gar keine VWL zu belegen, um das mal zu verstehen. Aber wir haben einen kleinen Vorteil, dass wir das auch ein bisschen formalisieren können. Und zweitens die Wechselkurse im, also genau gesagt. Und hier werde ich mal ein paar einfach Beispiele geben, wo die Schnittstelle zwischen der Markoökonomie, was wir bislang gelernt haben, und was wir als Finanzmärkte verstehen. Und damit will ich auch die Banken ganz, ganz groß mit einbeziehen. Die Banken sind ein Teil des Finanzmarktes. Die sind selber in manchen Ländern immer noch große Spieler. Also das heißt, sie handeln für das eigene Konto. Aber vor allen Dingen wird erwartet, dass sie eigentlich auch für diejenigen, die Geld bei ihnen anvertraut haben, dann ist es klar, dass sie auch ein Teil des Systems ist. Wenn Sie sich erinnern, die Banken sind die Hauptverantwortlichen für die Geldmenge und die Hauptverantwortlichen für die Zahlungsmittel, die wir jeden Tag verwenden, um unsere Mieten zu bezahlen, um unsere Gehälter zu bekommen, das sind alle Verbindlichkeiten von Banken, die gleichzeitig am Finanzplatz, am Finanzmarkt, am globalen Finanzmarkt tätig sein können. Ja, was macht diese Finanzwelt? Was machen die Finanzmärkte? Ich sage es jetzt ganz plakativ und global, aber ich meine immer die Banken dabei, weil das unmittelbar bei uns in Marco 1 und 2 deutlich gemacht wurde, dass es wichtig ist. Erstens, diese Finanzmärkte sind, es geht um Finanzaktiva. Was sind das? Das sind Eigentumsrechte, wenn Sie wollen. Also ich besitze irgendwelche Papiere oder fiktive Einträge, also eher elektronische Einträge, die mir berechtigen, das Recht geben, bestimmte Auszahlungen zu bekommen. Es können festgelegte Zahlungen wie Anleihenauszahlungen sein. Es kann auch das Recht zu partizipieren an einem Gewinn oder an einer Auszahlung, an einem Dividenden. Es kann auch ganz fiktive Ansprüche sein, wenn irgendwelche Ereignisse eintreten. Heutzutage ist es sehr schwer auszumachen, wo fängt es an mit Finanzmarkt und wo fängt es auch mit Casino? Also ich sage das ohne Kritik. Ich sage es aus einer Feststellung. Vor 55 Jahren haben Arrow und Dubreu darüber spekuliert, wie könnte ein mikroökonomisches System aussehen, wenn auch gehandelt werden kann, zu einem anfänglichen Zeitpunkt, auch Termingeschäfte, Versicherungspolizen, Wetten. Also wir schließen zum Zeitpunkt Null eine Wette aus, dass Großbritannien austritt aus der EU. Das kann man bei vollständigem Wettbewerb einen Preis sich ausdenken. Also wenn genug Leute am Markt beteiligt sind, ergibt sich ein Preis für diese Wette. Und diese Wette wird sicherlich die gesamte Information abbilden, die dem Markt verfügbar ist. Insofern ist ein Derivat nichts anderes als eine Verwirklichung dieser Idee von Arrow-Dubreu 1957 oder 1953. Also da sind Ideen, die und deshalb gab es immer so eine gewisse Zögerlichkeit der Ökonomen, von den Ökonomen das sofort zu regulieren. Dann gab es andere Juristen, die sagten, nee, das ist offensichtlich eine Wette, wir müssen das regulieren, wir müssen es verbieten. Und dann gab es Ökonomen, einer von denen war mein Doktor, also nicht mein Doktorvater, der hat mich beschäftigt. Also der war total dafür, dass man es ausprobiert. Und das ist natürlich eine sehr riskante Strategie, wenn das platzt, dann platzt die ganze Bankenwelt. Und das ist tatsächlich, was geschehen ist. Aber auf jeden Fall muss man im Klaren sein, es geht nicht um 18, es geht nicht nur um Anleihen von einem Unternehmen oder von einem Staat. Es geht um den Handel mit vielen verschiedenen Arten von Papieren. Und die sind nicht mehr Papier, das sind Einträgen in einem Computersystem. Und vor allen Dingen, was die Derivate angeht, muss man wirklich vorsichtig sein, sofort zu kritisieren, weil Derivate gibt es seit den Römern. Die Römer haben auch Termingeschäfte in Weizen und Mais verkauft und gekauft. Die haben eine Versicherungsfunktion. Ich werde gleich darauf eingehen. Auf jeden Fall Umschlagplatz für diese Rechte an Auszahlungen, teilweise an Sachkapital. Aber heutzutage, Sie wissen ja, in Berlin gibt es so viele Unternehmen, die gar kein Kapital haben. In diesem Sinne, vielleicht ein paar Rechner, aber meistens ist es Ideenkapital oder irgendwelche Patente oder Aussichten auf Patente oder gute Ideen. Und natürlich kann man den Begriff Kapital ausweiten, beliebig, um diese mit einzubeziehen. Zweite Funktion ist die sogenannte Intermediäre Funktion, Finanzintermediation. Intermediation heißt, ich versuche mal, Leute, die Kredite aufnehmen wollen, mit anderen, die Kredit geben wollen. Also da meine, als ich aufgewachsen bin, gab es nur Banken. Heutzutage gibt es einen sehr guten Freund von mir, der nichts anderes macht, als Hypotheken vermitteln. Also ein Broker heißt das. Er hat Kunden, die kleine Sparkassen sind und die versuchen mal, Leute zu finden, die Häuser kaufen wollen. Und er führt diese Leute über ihre kleinen Sparkassen zusammen mit Bankern aus Wall Street. Ist das schlecht oder gut? Also es ist interessant, auf jeden Fall. Das könnte Effizienzgewinne bedeuten. Es könnte auch sein, dass diejenigen, die die Hypotheken irgendwie mal auffindig machen und Origination machen, die Leute, die die Darlehen sozusagen platzieren, dass denen eigentlich egal ist, ob diese Leute, die Kredit aufnehmen, gute Bonität besitzen. Ja, weil irgendwie, man sieht sowieso die Sache los. Also auf jeden Fall ist der Begriff Intermediation oder die intermediäre Funktion von Finanzmärkten jetzt nicht mehr Institutionen. Also ich rede nicht mehr von Banken. Ich rede von allen möglichen Institutionen, die es tun. Und es muss nicht unbedingt Banken sein. Also ich kann mir vorstellen, eine Welt, wo Google das macht. Ja, Google hat viel mehr Informationen als die meisten Banken. Auf jeden Fall, Intermediation ist eine Funktion, die über den Tellerrand unserer Modelle hinaus guckt. Und man muss wirklich manchmal die wichtigen, wesentlichen Dinge in unseren Modellen überleben. Zum Beispiel, es gibt den Wunsch, Kredite zu bekommen oder Kredite zu vergeben, je nachdem, wie ungeduldig man ist. Aber letztendlich, wie man das macht, ist eine Frage der Technik. Banken machen viele andere Dinge. Die machen wahnsinnig viel. Und Finanzmärkte auch. Deshalb sage ich ja hier, Banken, Finanzmärkte, alles zusammen nach einem Topf jetzt momentan. Weil diese, Sie wissen ja, in den USA ist die Grenze zwischen Banken und Finanzmarkt viel anders als hier in Deutschland oder in Europa. Banken machen und Finanzmärkte bieten an, die Möglichkeit, Vermögensstrukturen zu diversifizieren. Weg von den Risiken, wenn man will. Also warum sollen Sie alles tun in die Industrie, wo Sie gerade selber arbeiten? Das ist bekannt. Andere Vorlesungen machen das im viel mehr Detail. Sie wissen, die Menschen sind grundsätzlich risikoavers. Es gibt ein paar Ausnahmen. Aber die meisten Menschen wollen einfach mal die schlechten Dinge vermeiden. Deshalb gibt es Versicherungen. Und deshalb gibt es Finanzmärkte. Finanzmärkte bieten auch den Versicherungsunternehmen eine Möglichkeit, ihr Metier auszuführen. Dann gibt es zweitens Akkumulation. Wir haben immer von Robinson Crusoe gesprochen, wie er irgendwie im Laufe der Zeit eine Zunahme des Vermögens durch Akkumulation an Sachkapital erreichen kann. Und das ist ein Grundsatz der Makroökonomie. Die Banken helfen und die Finanzmärkte helfen dabei, diese Akkumulation zu verwirklichen. Also Unternehmen emittieren Aktien, die emittieren Anleihen, die platzieren bei Banken und damit werden Sparnisse transferiert in Realtime, um quasi große Anschaffungen, neue Entstehung von Sachkapital zu ermöglichen. Und zum Schluss gibt es bei den Finanzmärkten vor allen Dingen die Möglichkeit, durch die Linse der Marktteilnehmer, die vielfältig sind, quasi eine Objektivierung der Risiken. Also da, es gibt immer diesen Begriff, ja, The Wisdom of Crowds, nicht wahr, die hier, es gibt seit 200 Jahren die Idee, dass man durch große Mengen von Menschen, die müssen nicht unbedingt mal vernetzt sein wie in bestimmten Filmen, sondern man muss einfach mal austauschen darüber, dass bestimmte Ideen, die richtig sind, hochkochen und gerade bei Finanzmärkten, wo es um die Wurst geht, keine Menschen platzieren werden, wo sie falsch liegen und viel Geld verlieren. Also die Menschen agieren mit den eigenen Mitteln und daher sollten Preise eigentlich mehr oder weniger eine Widerspiegelung der mittelwertigen Einschätzung am Markt. Und zumal wir jetzt die Derivate haben, kann man nicht nur Mittelwerte, man kann höhere Momente von Aktien, Preisen, von bestimmten Ereignissen abschätzen. Wenn Sie mal ins Internet gehen, können Sie nicht nur mittelwertig sehen, ob die Briten austreten oder nicht, Sie können auch die Varianz mal sehen. Und die hat auch zugenommen. Wenn solche Leute wie Boris Johnson durch die Welt tingeln und irgendwas erzählen, das erhöht das Risiko, dass die Engländer tatsächlich für den Austritt stimmen. Und man sieht genau an bepreisten Varianzen und man sieht abgeleitet bei den Aktien eine Zunahme des Risikos. Also es gibt tatsächlich Derivate, die basieren auf Varianz, realisierte Renditenvarianz und so weiter. Sehr interessante Möglichkeiten. Zum zuletzt, zum guten, es geht hier ganz wichtig bei uns in der Marko um die Bereitstellung der Zahlungsmittel. Die Banken, aber nicht nur die Banken. Na jetzt muss man ganz offen sagen, es gibt Finanzmärkte, die sicherlich auf dem Weg dahin sind, Zahlungsmittel zu entwickeln, die gar nichts mit Banken zu tun haben. Aber auf jeden Fall muss irgendwie, wenn man die Banken schon dabei hat, die sind im Vordergrund, es kann auch andere Zahlungsmittel geben, davon können wir vielleicht am Schluss kurz darüber reden. Aber es gibt auf jeden Fall, die Zahlungsmittel der Wirtschaft werden von den Banken bereitgestellt. Deshalb, das ist alles zusammenhängend und daher auch gefährlich. Wenn irgendwas Schlechtes passiert, passiert es auch den Banken und das passiert unserem Zahlungssystem. Und dann die Bestimmung von Renditen, das werde ich auch mal ganz deutlich hervorheben. Also dieser Zinssatz, von dem es mehrere gibt, die bewegen sich alle in Tandem. Es gibt so kleine Bewegungen hin und her bei der Fristigkeit, aber das ist auch ein Abbild oder eine Spiegelung der Erwartungen in der Volkswirtschaft. Also es gibt mehrere Funktionen, die werden alle im Lehrbuch in diesem wunderschönen Kapitel 14 sehr leicht zum Lesen. Das können Sie ins Bett gehen, schlafen gehen, lesen. Es gibt so ein paar Prinzipien, die wirklich hervorstechen. Erstmal ist Arbitrage. Also es sollen wirklich keine 50er Scheine auf dem Boden liegen. Die Grundannahme ist es genug, Menschen darauf aufpassen, dass es keine risikolose oder relativ risikoarme Geschäfte gibt, wo man hier Geld beschafft und dort es anlegt und da eine Geldpumpe entsteht. Das sollte eigentlich im Grundsatz nicht möglich sein. Das ist eine Annahme. Aber wenn Sie sich mit Finanzierungswissenschaft beschäftigen, tun Sie sich sehr schwer, solche Arbitragemöglichkeiten zu finden. Wenn Sie die finden, dann würden Sie aussteigen, eigenes Unternehmen gründen, vielleicht mal, wie viele andere, die wir kennen, sich einen Namen machen. Aber gerade in diesem Bereich ist das sehr selten. Der Markt sorgt dafür, dass solche Opportunitäten nicht auf der Straße liegen. Das bezeichnen wir als Arbitrage. Die Finanzierungsexperte sagen, Markteffizienz. Das heißt nicht, dass Märkte heilig sind oder dass sie immer Recht haben. Aber es heißt nur, im Schnitt gibt es sehr wenig Möglichkeiten für Sie als Normalsterbliche ohne Inside Information Gewinne zu erzielen. Und ich bin in diesem Geschäft ein paar Jahrzehnte. Ich weiß sehr wenig gute Papiere, die zeigen, dass diese vorhanden sind. Das ist sehr schwer aufwendbar. Und ich werde ganz gerne mal ein paar Beispiele davon machen. Eins, direkt für die Makroökonomie relevant, ist eben die Bestimmung von dem Turbicin-Q. Also diese grundsätzliche, durchschnittliche Bewertung des Werts des existierenden Kapitalbestandes. Das ist ein theoretischer Begriff. Man kann leicht übersetzen in einen Aktienindex wie Carant oder DAX oder Hutsi oder sonst was. Kann man gleich die grundsätzliche Bewertung des existierenden Kapitalstocks, vielleicht in Bezug auf Ersatzbeschaffungswert, kann man das schon verstehen. Wir wissen schon, das ist eine sehr, sehr gute Indikatorfunktion für die Investitionen in Sackkapital. Das heißt, wenn der historische Kuh ansteigt, im Schnitt steigt die Investitionstätigkeit in der Volkswirtschaft. Das habe ich schon mehrmals gezeigt. Auch es ist interessant, dass das genau wie heute, als in den 20er Jahren bei der Börse hier gegenüber, die nicht mehr existiert. Also die deutsche Börse, Burgstraße, der große Auf- und Abgang des Maschinenbausektors ist genau mit einer sehr, sehr gewaltigen Schwingung von den damaligen Bewertungen dieser Unternehmen verbunden. Zweites Beispiel werde ich mal angehen, ist die Zinsstruktur. Wie verhalten sich die Zinsen zueinander? Das ist heute sehr spannend. Kurzfristige Zinsen sind für sie null, leicht minimal positiv. Für Banken sind sie teilweise bei der Beschaffung von Mitteln negativ. Also wenn sie tatsächlich Geld bei der Zentralbank anlegen, werden sie bestraft dafür und kriegen das Geld umsonst bei den Zentralbanken als Funding. Aber wie verhalten sich diese kurzfristigen Zinsen zu den längerfristigen? Also längerfristige Zinssätze in Amerika sind nicht null. Sind positiv. Selbst der deutsche Staatsanleihe, die Bundes- von zehn Jahren Laufzeit sind auch positiv. Wie kommt das? Dann würden wir gerne mal auf die Devisenmärkte eingehen, wo es wirklich sehr viel los ist. Auch wenn es nicht so zu sein scheint, gibt es sehr viel Handel und das ist ein echt kompetitiver Markt. Da gibt es sehr viel, was man sagen kann, gegen die Effizienz der Märkte. Aber bei den Devisenmärkten sind einfach zu viele Leute, zu viele Händler am Spiel. Es ist wirklich faszinierend, was da passiert. Okay, dann fangen wir erstmal mit Arbitrage an. Es gibt viele Arten von Arbitrage. Wie gesagt, eine Arbitrage ist, sie bücken sich und heben 50 Euro auf der Straße. Zu null Kosten haben sie jetzt plötzlich 50 Euro. Das ist nicht, was ich meine. Ich meine was ganz Kompliziertes, aber es gibt viele Varianten. Zum Beispiel, es gibt die Möglichkeit, dass sie einfach in ihrer Bank, sie sind bei der Danske Bank, der Danske Bank, und stellen fest, dass irgendwas nicht stimmt mit den Kursen. Und das passiert nicht mehr, weil zu viele Leute das tun. Aber sie können sich vorstellen, bei jedem Dreieck gibt es eine potenzielle Inkonsistenz. Eigentlich anders gesagt, wenn sie bei drei Finanzaktiva, die gleicher Qualität sind, feststellen, zwei Kurse feststellen, dann ist der dritte Kurs eigentlich bereits determiniert. Und wenn er nicht bei diesem determinierten Wert liegt und es tatsächlich einen dritten Markt gibt, wo dieser Kurs bestimmt wird, dann muss irgendwas schief laufen. Gibt es vielleicht Steuern, gibt es vielleicht Kapitalkontrollen, Verkehrskontrollen oder sonst was. Aber wenn diese nicht vorhanden sind, dann könnten sie wirklich Milliarden machen, ohne sehr, sehr viel Zeit und Energie einzusetzen. Und das ist das Ganze, was wir als geografische Arbitrage, weil es in der Regel aus der Zeit des Goldstandards herkommt, wo damals alles in Bezug auf den Dollar war und Dollar in Bezug auf Gold. Es gab eine Goldparität, dann gab es die verschiedenen Goldkurse zum Dollar, deutscher Markt zu Dollar, französischer Fonds zu Dollar, Fund Sterling zu Dollar italienische Lira. Diese Währungen existieren zum Teil nicht mehr, aber diese Kurse gab es. Und wenn ich den Fund-Dollar-Kurs wusste und den D-Mark-Dollar-Kurs wusste, dann müsste ich eigentlich sehr schnell mit meinem Taschenrechner, damals gab es keine, aber man könnte mit einem ABBA-Kurs irgendwie mal herausrechnen, was eigentlich der Wechselkurs D-Mark zu Fund sein müsste. Wenn nicht, dann könnte man tatsächlich im billigen Markt kaufen und im teuren Markt verkaufen. Und das sorgt dafür, dass eine Art arbitragefreie Zone entsteht. Es gibt natürlich Transaktionskosten, damals waren sie hoch, jetzt sind sie viel niedriger, es handelt sich wirklich um Mill, also um Buchteile von Millpunkten vergessen sie es. Es muss immer so ein Grund sein, wenn das nicht möglich ist. Aber es müssen natürlich auch Leute geben, die dafür sorgen. Früher gab es tatsächlich Leute, die das gemacht haben, jetzt gibt es Computerprogramme, oder Algorithmen, die das automatisch durchführen. Komplizierter wird es, wenn wir nicht mehr räumliche Arbitrage betrachten, sondern eine Art zeitliche, intertemporale Arbitrage. Das ist nicht mehr so eindeutig. Dann ist es vielleicht doch nicht mehr Arbitrage im Sinne von, naja, die beiden sind gleich vergleichbar, die müssen gleichen Preis haben. Auf jeden Fall gibt es, hier habe ich abgebildet, Renditen, das ist lange, lange, lange her. Das sind Renditen für, glaube ich, Pfund mit Laufzeit bis 20 Jahre, verschiedene Staatsanleihen. Erstens gleicher Emittent, gleiche Risikobehaftung oder Risikostruktur. Also man geht davon aus, dass der Staat eigentlich eine sehr, sehr lange Zeit existiert. Wenn Sie Unternehmensanleihen angucken, ist es durchaus unterschiedlich, weil vielleicht in zehn Jahren das Unternehmen gar nicht mehr da ist. Und Leute wissen das. Es kann sein. Was heißt wissen das? Sie erwarten es mit hoher Wahrscheinlichkeit. Sie überlegen es mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen nicht mehr da ist. Aber im Staat kann man es gut vergleichen. Da sehen Sie, also Tendenz steigend. Eigentlich stellt man sich die Frage, in welchem Zusammenhang soll eigentlich kurzfristige und langfristige Anleihen stehen. Ja, es ist klar, wenn ich eine Anleihe zu zehn Jahren Laufzeit jetzt kaufe, kriege ich eine Rendite. Sie müssen irgendwie in Zusammenhang stehen mit der Möglichkeit, eine Kette von Geschäften zu machen, indem ich ein Jahr verleihe jetzt mit den Erträgen noch einmal und noch einmal, noch einmal. Das ist riskant. Es kann was passieren. Jedes Jahr können die Zinssätze in den zukünftigen Zeiten sich ändern. Aber auf jeden Fall könnte man sich vorstellen, dass in Erwartung diese Beziehung interessant wäre, vor allen Dingen für einen Investor, der risikoneutral ist. Also wenn man große Bank ist, vielleicht ein kleines bisschen da einsetzen wäre, wäre nicht so ein großes Problem. Oder ich bin ein Individuum mit sehr viel Vermögen und mir ist dieses lokale Kleinrisiko nicht so wichtig. Es ist eine interessante Möglichkeit, eine größere Rendite zu erzielen. Insofern müsste nach Laufzeit eine Beziehung zwischen den erwarteten kurzfristigen Zinssätzen, die dazwischen fallen, und der langfristigen, deren Rendite ich tatsächlich jetzt beobachten kann. Also im Markt beobachtet man den Preis, eine Anleihe und eine implizite Rendite bei gegebenen Auszahlungsmodalitäten. Kann ich tatsächlich diese Rendite errechnen mit einem Rechner und dann kann ich das vergleichen mit meinem erwarteten Ablauf. Wenn ich glaube, dass die Zinssätze nach unten gehen, dann würde es natürlich ein bisschen auf diesen Durchschnitt drücken und dann wäre ich bereit, eigentlich mehr zu zahlen für die Rendite, für die langfristige Investition. Es ist kompliziert, es gibt natürlich Risiko hier, aber selbst bei Risikoneutralität gibt es interessante Interaktionen. Das ist nur ein Hinweis für die Leute, die Finanzierung kennen. Es gibt die sogenannte Jensen-Ungleichheit. Es gibt die Tatsache, dass wenn diese kurzfristig zu erwarteten Renditen in der Realität stochastisch korreliert ausfallen, dann diese positive Korrelation und könnte sagen, was erwartet ist, in Periode 5 kommt, dann drückt sich alle Renditen danach nach oben. Das würde heißen, eine positive Korrelation der realisierten Renditen. Das würde natürlich auf meine Bereitschaft, diese Investitionsstrategie zu verfolgen, tatsächlich Einfluss haben. Aber das ist nicht mal Risiko-Aversion. Es gibt auch Leute, die einfach Risiko nicht gerne tragen. Und da könnte man sich vorstellen, dass man nur auf bestimmte Geschäfte eingeht, wenn die Kompensation, die Auszahlung hinreichend in Erwartung hoch genug ist, um dafür zu kompensieren. Das ist unser Verständnis der Finanzmärkte. Es gibt, selbst bei vollkommener Diversifizierung, gibt es einen Preis von Risiko. Und je höher dieses Risiko ist, desto mehr erwarten wir sozusagen als Kompensation für das Tragen des Risikos. Und das ist so eine Vorstellung davon. Es gibt viele Möglichkeiten, das theoretisch abzuleiten. Das ist nicht Gegenstand dieser makroökonomischen Lehrveranstaltung, aber durchaus in anderen Bereichen wichtig, weil diese Beziehung durch Risiko ganz eindeutig beeinflusst werden kann. Je nachdem, wie risikoervers die Wirtschaftssubjekte sind. Ja, also wenn man es zusammenfasst, gibt es Implikationen, Markteffizienz, diese Möglichkeiten, Arbitrage im erweiterten Sinne. Ich sage es immer im erweiterten Sinne, weil Arbitrage heißt eigentlich absolut perfekt vergleichbar Opportunitäten in Rendite auszugleichen. Aber wenn es Risiko gibt und wenn es zeitliche Entwicklungen gibt, kann man durchaus Arbitrage etwas breiter fassen und die auch mit einbeziehen. Und die heißen letztendlich Folgendes. Die heißen, und das bedeutet, dass die Finanzmärkte als Spiegel der Information sehr wichtig sind. Also die Aggregation, die den Märkten zur Verfügung steht, ist eine wichtige Funktion. Wir lernen, indem wir die Märkte angucken. Deshalb werden diese Aktienpreise in Tagesthemen immer ausgesagt. Es ist nicht nur, weil die Leute alle selber zocken. Also es ist wichtige Information. Wir wollen wissen, was die Märkte glauben. Und das ist eine Aggregation. Also indem die Märkte besucht werden von Teilnehmern, die Geld selber erwirtschaften wollen, auf ihre Art und Weise, widerspiegeln die Preise die grundsätzlichen Erwartungen der Märkte und das hat einen positiven externen Effekt für uns alle. Also ich habe schon und ich werde schon in zwei Wochen zeigen, dass die Finanzmärkte unglaublich effektive Vorindikatoren der Konjunktur sind. Das Tobensche Kurs ist ein Superindikator der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung. Das sind so Kleinigkeiten, die Sie vielleicht sich merken sollen. Also Preise bewegen sich als Reaktion auf neue Informationen und der Ausschluss von systematischen Gewinnen in welcher Form auch immer ist eine Art Effizienz. Markteffizienz heißt, diese Möglichkeiten sind nicht vorhanden. Natürlich, wenn Sie selber was Illegales machen, wenn Sie in einem Unternehmen arbeiten oder irgendwelche Verhandlungen abhören und darauf handeln, das ist erstens illegal, zweitens ist es nicht unbedingt mit diesem mit dieser Definition vereinbar, weil wir von öffentlich verfügbaren Informationen reden, in welcher Form auch immer. Ich möchte jetzt mal als Beispiel entwickeln, also quasi ganz wenig Formalität, aber es ist sehr spannend, das müsste man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist ein interessantes Beispiel. Wir haben immer mit dem topischen Coup zu tun gehabt, als Marktpreis, als aggregierter Marktpreis des Sachkapitals und das war ein theoretischer Begriff. Die Übertragung auf die Aktienmärkte ist nicht unproblematisch. In Deutschland gibt es viel weniger Aktivitäten am Aktienmarkt, die Kapitalisierung der deutschen Börse ist viel niedriger, gemessen an BIP, als in den USA. Es ist weder gut noch schlecht, manche finden das toll, manche finden das nicht gut. Die Banken machen und wickeln sehr viel mehr ab im europäischen Raum, insbesondere in Deutschland. In England, in Großbritannien ist es irgendwie dazwischen, aber diese topische Coup gibt es auch, wenn die Banken für die Abwicklung von Kapital, Finanzierung und so weiter maßgeblich verantwortlich sind oder auch wenn es überhaupt keine Finanzmärkte gibt. Es ist ein theoretischer Begriff, aber wir können jetzt operationalisieren, indem wir sagen, okay, wir haben einen Aktienmarkt und es gibt Aktien, die gehandelt werden und jede Aktie ist ein Anspruch auf Residualgewinn dieses Unternehmens, genau wie es eine Realität ist. Und das ist ein repräsentatives Beispiel für das Tobin Coup letztendlich, weil es genau dasselbe, was wir hier zählen. Also wenn man diese Variable als gehandeltes Objekt am Markt sehen und dann stellen wir uns vor, dass diese Aktie verspricht, jede Periode eine Dividende auszusprechen, die allerdings auch nicht konstant ist, es kann konstant sein, es hängt normalerweise von der Rentabilität des Unternehmens ab und kann durchaus mal schwanken. Wir definieren diese als D und wir sagen unserem am Markt agierenden Menschen, er kann oder sie kann alternativ zum Festzins eher ein periodischer Zinssatz, der todsicher ist. Es ist allerdings heutzutage sehr niedrig, aber es gibt den, es gibt den wirklich. Und wenn sie clever sind, kriegen sie vielleicht ein Prozent, also pro Jahr. Ja, was ist die Überlegung? Also wie kann Arbitrage uns was über die Entwicklung von dem Tobinschen Kuh mal was sagen? Ja, dann gucken wir uns mal ganz nüchtern einen Investor, der wirklich risikoneutral ist im Sinne von folgendem, ihm ist die oder ihr ist das Risiko egal, man zielt nur nach erwarteten Rendite. Okay? Und wir können Risikoabversion leicht einführen, es ist nur für sie, dass ich das so mache, aber es ist interessant schon mal zu sehen, was bei einer ganz einfachen Arbitrage Überlegung möglich ist. Für diesen Investor müsste es eigentlich eine Gleichgültigkeit und Indifferenz erst dann hergestellt werden, wenn auf der linken Seite diese einperiodische sichere Rendite der rechten Seite diese Gleichung gleich ist, nämlich und was ist das? Die Rendite ist zunächst mal eine Dividendenrendite, ich kriege DT durch meine ausgelegte oder ausgezahlte Investition Qt plus potenziell eine Kapitalentwicklung, also der Preis, das ist genau der Punkt, also der turbensche Q ist nicht konstant, es bewegt sich und was wird jetzt morgen sein, also ich kann eine Erwartung bilden und hier geht es um eine risikoneutrale Einschätzung von Qt plus eins. Qt plus eins werde ich meine Aktie hier veräußern, ich kriege Qt plus eins und ich habe eine Erwartung zum Zeitpunkt T, was diese Qt plus eins sein wird und da ziehe ich meine ausgelegte Investitionssumme ab, also der Preis von der Aktie ab und dann teile ich durch den Preis zum Zeitpunkt Qt. Das ist eine Arbitrage Kondition, eine Arbitrage Bedingung, die eine Indifferenz gewährleistet zwischen den beiden Möglichkeiten. Schauen Sie mal genau hier, wir haben eine Erwartung, eine zukünftig entwickelte Variable, das ist Qt plus eins, wir haben Qt, kann ich beobachten jetzt, ich weiß, was RT ist und ich weiß, was DT ist. Insofern kann ich diese Gleichung einfach umstellen und um das noch zu vereinfachen, werde ich einfach mal die Erwartungen weg ignorieren. Einfach für Sie, man kann das mit bedingten Erwartungsoperatoren voll durchsetzen, man kriegt das gleiche Antwort, man muss das Gesetz der wiederholten Erwartungen ansetzen, aber das ist ein ganz triviales Ergebnis aus der Statistik, aber ich mache das für Sie einfach mal als vollkommener Voraussicht, um den Punkt einfach mal ganz deutlich zu machen, man kann einfach mal die Gleichung umstellen, also zweimal erscheint Qt, ich schreibe Qt auf die linke Seite und dann habe ich Qt als eine Funktion von zweierlei, erstens Dividende, die noch kommt und dann habe ich mal der zukünftige Preis und dann kann man das wiederholt machen, weil wenn das für morgen gilt, dann gilt es auch für den übermorgen, man kann das eigentlich bis zu dem Fernpunkt Groß T schreiben, dann sehen Sie das tatsächlich, wie wir das gepredigt bekommen in den Finanzierungsvorlesungen, der gegenwärtige Aktienpreis sollte irgendwas mit zukünftig erwarteten Dividenden zu tun und einem Terminal Condition, also so ein Randbedingung oder der letzte Tag sozusagen, wenn die Welt zusammenbricht, was wird der Preis sein, aber natürlich, wenn man das weiter, man kann das T gegen unendlich gehen lassen und dann haben wir tatsächlich eine Formel, die mit abnehmenden Gewichtungen die Dividenden, die erwartet sind, richtig bewertet und was jetzt kommt und morgen kommt, ist wichtiger, als was in zehn Jahren kommt, das ist sehr wichtig, das heißt, die Aktienpreise werden sehr gewaltig von zu erwartenden gehen und was in zehn Jahren, was interessiert mich das, weil es eben in zehn Jahren kommt, aber wenn das nicht nur in zehn Jahren kommt, sondern jetzt und für immer, dann ist ein gewaltiger Punkt, dann gibt es gewaltige Bewegungen, deshalb, wenn man permanente Entwicklung am Aktienmarkt meint vorwegzunehmen, dann gibt es sehr starke Bewegungen von der Bewertung des Aktienpreises heute. Man kann das verschwinden lassen, man muss es nicht verschwinden lassen, man kann denken, jeder Mensch ist sterblich und man handelt eigentlich mit einer Sicht eines Tages diese Aktie zu verkaufen. Das würde heißen, dass immer diese Erwartung des Terminus eine Rolle spielen kann für die Individuen. Aggregiert kann es durchaus sein, dass die meisten Menschen sehr langfristig denken, es gibt auch immer Glenn Quatsch Warren Buffett, der langfristigen Typ, der immer langfristig investiert, aber auf jeden Fall kommen wir auf verschiedene Varianten dieser Arbitrage Formel, einmal für die ganz lange Perspektive und einfach mal für eine kurzfristige Perspektive, wo es ein Terminal Condition gibt. Man kann den Beispiel haften, also dieses Beispiel noch weiterspinnen, indem man sagt, okay, wir setzen die Dividende konstante, also die Firmen zahlen einfach eine konstante Dividende und dann haben wir diese Bewertung letztendlich, Qt ist nichts anderes als Dividende durch den Zins. Also man sieht da sofort, weshalb, wenn die EZB zum Beispiel längerfristig Hinweise gibt, dass die Zinssätze länger niedrig bleiben, dass die Aktienkurse nach oben schnellen, das ist eine ganz, ganz primitive Anwendung von dieser Arbitrage-Idee. Natürlich haben Investoren nicht immer recht und es gibt auch Subteile oder Unterteile der Investoren- Gemeinschaft, die mehr wissen als andere, manchmal wissen sie zu viel, das heißt, wir müssen uns vernünftigerweise vielleicht in der Anwendung von der Rationalität etwas fernhalten, weil es entstehen Situationen, wo es kann eigentlich gar nicht rational sein. Also ich werde Ihnen mehrere Beispiele aus der Geschichte zeigen. Interessanterweise heißt es nicht, dass die Märkte insgesamt irrational sind. Es kann natürlich eine gewisse Hybris oder Übereinschätzung der eigenen Chancen, Männer sind insbesondere diesem Problem anfällig, es gibt eine Tendenz, die eigene Schätze, also ich bin immer besser als der Durchschnitt, jeder in diesem Raum denkt, er sei besser als der Durchschnitt, kann einfach nicht sein. Das ist eine typische, ich sage es, alle Menschen haben dieses Problem, aber Männer haben besondere Übereinschätzung der eigenen Chancen und wenn man alle denken, ich steige gleichzeitig aus, ich steige rechtzeitig aus, bevor mal der Markt kracht und dann mache ich meine überdurchschnittliche Gewinne, das kann in der Regel nicht für alle klappen. Wenn genug Leute das trotzdem glauben kommen und Investitionen auf Kredit finanzieren, kann es durchaus so interessante Blasenentwicklungen kommen, wo dieser Qt plus Großt weiter wächst, obwohl jeder weiß, irgendwann muss das Ding wieder auf Null kommen. Es ist keine rationale Bewertung, es kann nicht sein, dass Google so viel wert ist, so was. Muss nicht sein, aber wir haben so viele Fälle in der Geschichte, ich bin selber kein Finanzhändler, aber ich weiß, dass diese Fälle können nicht von meinen Freunden effektiv widerlegt werden, dass es sie gibt. Und es hängt damit zusammen, dass die Investoren, die Geld haben und vielleicht wissen, wie Warren Buffett, dass es irgendwie alles mal ein Ende hat, er hat keine Geduld und vielleicht nicht genug Liquidität, um die richtigen Gegeninvestitionen vorzunehmen. Das heißt, wenn sie meinen, dass Google zu teuer ist, müssen sie eigentlich Google jetzt kurz, also ganz schnell Leerverkäufe machen oder Optionen auf niedrige Preise kaufen, dann könnten sie durchaus mal Geld machen, aber sie müssen vielleicht lange Zeit warten, bis all die Leute, die das fehlgeschätzt haben, irgendwie mal auch zu ihrer Einsicht gekommen sind. Das kann manchmal sehr lange sein. Keynes hat das selber gesagt, er hat auch selber viel Geld verloren, bevor er viel Geld erfolgreich investiert hat und hat immer gemerkt, dass die Märkte sehr, sehr lange Phasen von augenscheinlicher Irrationalität hätten. Und ich meine, weil er so erfolgreich ist wie Paul Samuelson, ist ein Zeichen dafür, dass es tatsächlich Leute gibt, die langfristig denken und das schaffen. Keynes hat sehr viel Geld Cambridge College vermacht und ja, Paul Samuelson MIT, Ökonomen kämpfen für die Ökonomie und investieren erfolgreich dafür, aber in der Regel gibt es die meisten Menschen, die an dieser Strategie scheitern. Sie haben bestimmt The Big Short gesehen, also ein sehr sehr schöner Film, ist ein sehr guter, sehr akkurate Abbildung der Situation, wie es dazu kommen kann. Ich werde es jetzt vertiefen. Auf jeden Fall kann man das aus unserer Preisformel ablesen. Man kann tatsächlich, wenn man zurückgeht auf diese Arbitrageformel, zu einem beliebigen Zeitpunkt, haben wir tatsächlich die auszuzahlenden Dividenden, die durchaus rational erwartet werden können und dann gibt es diese Qt plus T, das kann natürlich ein eigenes Leben haben. Für endliches T gibt es keine bekannte Regel, die sagt, was mit Qt plus T passiert. Es kann durchaus Psychologie sein. In der Mathematik heißt es wirklich, es ist eine Schar von Lösungen von einer Differenzengleichung und wir haben noch nicht genug Informationen als rationale Ökonomen, um festzustellen, was diese Qt plus T bestimmen mag. Wir wissen nur, dass in unendlicher Zeit wird es sehr viele Losers geben, die dieses Ding halten, wenn es wirklich nichts wert ist. Und da lehrt uns die Geschichte, dass es sehr, sehr viele Beispiele gibt, wo man sagt, es ist eine neue Welt, die Welt ist anders jetzt und tatsächlich war es genauso wie bei den anderen. Also diese Blasen werden irgendwann mal auf eine Art Normalität, auf normale Bewertungsregeln zurückkehren. Es gibt Immobilien in Tokio, als ich promoviert habe, haben alle geredet, die Japaner werden die Welt übernehmen, der Garten von Hirohito kostete mehr als die Hälfte von Kalifornien und so weiter. Das ist alles Geschichte und viele Banken haben sehr, sehr viel Geld verloren, weil sie solche Geschäfte finanziert haben. Ebenso mit dem neuen Markt. Sie können sich nicht mehr an den neuen Markt erinnern, aber das war auch interessant. Und Nasdaq und es fing an eigentlich mit den Tulpen. Also die Holländer haben die ersten einschlägigen Erfahrungen gemacht mit Blasen. Also um das Jahr 1637 herum. In den Jahren davor haben die Tulpen Hochkonjunktur in Holland gehabt. Tulpen sind natürlich interessant, weil man die einpflanzen kann, dann kommt eine schöne Blume raus, man kann sie auch verspeisen, wenn es wirklich hart auf hart kommt, die sind so wie Zwiebeln und schmecken wahrscheinlich nicht so gut. Auf jeden Fall waren die Tulpen in 1635, 1636 total verrückt nach diesen Dingen und es gab interessante Entwicklungen, die gleichzeitig man muss Geld haben, um diese Tulpen zu bezahlen und das Geld kam von außerhalb. Offensichtlich waren auch Deutsche interessiert an diesen Tulpen oder Franzosen sind hergereist nach Hollen zu kommen und mal zu sehen, wie schön diese Tulpen sind und waren auch begeistert und haben auch gekauft und verkauft. Es gab Händler, im eine ganze Industrie hat sich entwickelt, Leute könnten ihre Häuser verkaufen oder auf Hypotheken Basis ihre Geld ausleihen und Hypotheken aufnehmen, die auf ihren existierten Besitztum basiert waren, so eine Art Leveraging damals. Und es kam tatsächlich zu dieser Blasen Entwicklung innerhalb bei der Zeitreihe war nicht einfach zu finden. Das ist von Peter Garber sehr außergewöhnliche Arbeit, diese Zahlen zu finden. Wo finden sie was aufgeschrieben ist aus dem 17. Jahrhundert in einer Zeitreihen Form? Und wenn sie zurückgehen vor dem 1. Januar 1637 haben sie viel kleinere Werte. Man müsste eigentlich logarithmische Skala nehmen, um das schön abzubilden, wie das damals war. Das war wirklich eine schöne Blase und es ist geplatzt und die Leute mussten letztendlich auf ihren Tulpen sitzen und vielleicht auch selber essen. Also neuer Markt, gutes Beispiel, Bewertung mit dem Einbruch der Neuen Markt haben wir gelernt, dass nicht alles permanent ist, was uns Telekom sagt. Auf jeden Fall entwickelt sich der durchschnittliche Preis am Nasdaq erheblich schneller als alle möglichen Projektionen. Man sieht auch den steigenden Volumina, dass es auch damit zu tun hatte. Und dann gab es diesen Krach und seitdem haben wir tatsächlich eine Wiedererholung, das ist sehr lange her, aber viele Leute haben sehr, sehr viel Geld verloren, vor allen Dingen kleine Haushalte. Also das ist sozusagen Dinge, die wir nicht unbedingt mit einem rationalen Modell erklären können, es sei denn, wir gehen auf verschiedene Schichten der Investorengemeinschaft ein und statten diese Leute aus mit unterschiedlichen Erwartungen oder Intelligenz. Es gibt tatsächlich Modelle, die versuchen, diese wenig rationalen Geld verschwendenden Agenten als Noise Traders zu bezeichnen, dann gibt es die Rationalen, die das alles verstehen, es werden dabei Risiken geschaffen, die eigentlich vermeidbar sind, indem man sich zurückzieht aus dem Markt und deshalb steigen die Renditen. Das beste Beispiel hierfür ist die Entwicklung der US-Immobilienpreise. Immobilien sind auch Finanzwerte, wenn sie wollen, die sind auf jeden Fall übertragbar über Finanzgeschäfte in Wertpapiere, die sich wie Immobilien verhalten und wenn sie die Preise, das sind reale Preise, das sind Preise, wo die Entwicklung des Verbaugerpreisindex schon herausgenommen ist. Da sehen Sie, seit 1890 waren diese Preise total stabil bis zu den letzten Jahren des Millenniums und da fanden mehrere Dinge statt, ich werde das nicht in dieser Vorlesung vertiefen, aber eine Sache war die Deregulierung der Entstehung von Hypotheken in den USA und gleichzeitig die Deregulierung der Verbriefung diese, Verbriefung heißt einfach mal mehrere Hypotheken, also Darlehen an Haushalte zusammenzutun in ein Paket und dieses Paket nicht nur als solches zu verkaufen, sondern selber zu bearbeiten, massieren, zerschneiden also und mit Verträgen, die so kompliziert sind, dass kein Mensch die gelesen hat und dann diese wurden verkauft erstens an intelligenten Investoren und dann weniger intelligente Investoren und alle haben gesehen, also die Immobilienpreise in Amerika Boomen, das war die Zeit bis 2007 und dann kippte das Ding um und seitdem haben wir, das ist bis 2009 nur Seitwärtsbewegung seitdem. Also insofern, wenn man die langfristige Bewertung der Immobilien in den USA anschaut, kommt man leichter auf die Idee, dass es ein stationärer Prozess ist, weil es eine Menge Land gibt in den USA und es gibt sehr viel Entwicklungspotenzial und Bauindustrie ist relativ wettbewerbsfähig und nicht nur wettbewerbsfähig, sondern wettbewerbsbehaftet. Es gibt Preise, die sich kaum bewegen vom Fleck, also die Entstehungspreise für Häuser und Häuser sind nicht besonders teuer in den USA. Insofern ist es alles eine Blase gewesen. Gut, also wir vertiefen das später, weil die Konsequenz hiervon ist natürlich, wenn Banken da mit mitmischen und mitmachen und das entstehen lassen und dann plötzlich das passiert, dann sind die Banken in Gefahr und man könnte sagen, lass sie doch ziehen, das ist ihre Schuld. Aber das Problem ist, wie gesagt, die Banken sind Mitspieler auch im Geldmarkt und sind für die Entstehung unserer Zahlungsmittel maßgeblich verantwortlich und auch wenn das verantwortungslos ist, das mal passieren zu lassen, wird jede Bank das bestreiten, dass sie die Schuld dafür trägt. sind immer die anderen. Die Regulierung habe ich gesagt, wenn sie die Regulierer fragen, dann sagen sie, das ist nicht unsere Schuld, das ist die Zentralbank, die Fed hat die Zinssätze zu niedrig gesetzt, also er gleich nach dem 11. September zu niedrig gesetzt und dann sagt die Fed, nein, das ist die Banken, die Banken machen das, die machen Geschäfte, die widersprechen den Grundsätzen von gesunden Bankwesen, also insofern und dann gibt man auch natürlich dem Staat die Schuld oder den gierigen Investoren, also es ist wirklich sehr schwer eine Schuld auszumachen, aber auf jeden Fall das System hat große Pannen herbeigeführt. Gut, dann gehen wir in den letzten Minuten auf dieses sehr, sehr wichtiges Beispiel, das ist mein, ich schreibe da ungeheuer, weil es wirklich so ist, das ist nicht mehr aktuell, also die aktuelle Zahl liegt bei 4,5 Billionen Umsatz am Tag, Billionen ist eine große Zahl, das ist 4,2 mal 10 hoch 12, das ist eine Menge Geld, also da könnte man, also die US-Wirtschaft hat eine Wirtschaftsleistung von 17 glaube ich 17 Billionen, das ist sicherlich größer als das BIP von mehreren und das ist ein jährliches, also ein Jahres-BIP, hier geht es um Tagesvolumen, Tagesvolumen gehandelt an einem Tag, natürlich, wenn Sie ein bisschen darüber nachdenken, ganz minimal davon wird einfach mal eine Netto-Positionsveränderung darstellen, die meisten Leute gehen rein und raus in den Markt mehrfache Zeiten, auch mit Hilfe von Algorithmen und so weiter, das heißt also, das ist viel, viel geschehen und nichts, aber sage ich es bitte mal einem Finanzierungswissenschaftler, ich sage, nein, das ist eine Vierenspiegelung der Informationen, kann durchaus sein, ich möchte es nicht beurteilen, aber auf jeden Fall geht es um Zahlungsmittel, es geht um unsere Zahlungsmittel, M1, der Geldmarkt ist im internationalen Zusammenhang der Devisenmarkt, also New York Banken kaufen dänische Guthaben bei einer dänischen Geschäftsbank und so kauft man Kronen und so kaufen dänische Banken Euro, die kaufen Depositen in Geschäftsbanken, die ansässig sind im Euro-Land, das heißt, es fließen keine Strömungen von Geld, es werden keine Koffer mit Geldscheinen getauscht, es geht wirklich um elektronischen Handel pur und alles zusammen, die Beschaffung von Devisen für realen Handel, für Spekulationen, für Beschaffung von Wertpapieren, alles damit verbunden und daher gründet die Volatilität der Wechselkurse bei flexiblen Wechselkursen auf der unglaublichen Volumina, die da jeden Tag fließen. Wie kann man das mit Arbitrage verbinden? Es geht auf jeden Fall. Für erstens sehen wir tatsächlich das längerfristig trotz dieser großen Volumen, dass die Devisen Markt Kurse schwanken, aber das ist überschaubar. Das ist relativ überschaubar. Wir hatten mal eine Bewertung des Euro Ende 2009 bei 1,50 und jetzt sind wir bei 1,10 vielleicht, 1,11. Das geht rauf und runter, vielleicht ein bisschen mehr in der letzten Zeit. Manche empfinden das als zu teuer, Amerikaner sollen ein bisschen teurer sein. Manche empfinden das als zu wenig. Aber das sind Aussagen bezüglich der Kaufkraft und nicht diesbezüglich, nicht bezüglich der Finanzströme. Das heißt, um zu verstehen, weshalb diese S sich bewegt bei freiemarktbestimmten Niveaus, muss man eigentlich auf die arbitrage Argumentation zurückgehen. Entschuldigung. Ja, hier haben wir die täglichen Veränderungen. Dollar Euro 2003, das war kein besonderes Jahr, aber Sie sehen ja, die Fluktuationen sind täglich um 2%. Täglich. Also wenn Sie das hochpotenzieren oder auf Jahresbasis bringen, das sind satte Renditen, das sind satte Verluste, wenn man irgendwie an dem Tag 2% Verlust erlitten hat. Deshalb sage ich ja, die Händler bleiben nicht lang in einer Position, die gehen rein und raus, es geht wirklich um eine Strategie, um mehr Geld für die Bank zu verdienen, aber es hat wenig mit Long Trading zu tun. Also die lange Positionen werden zwar von Banken gehalten, wenn sie eine Strategie oder eine Begründung dafür haben. Die beiden in Einklang zu bringen, ist unsere Aufgabe heute. Und wir werden Arbitrage als die Argumentationslinie genau wie bei Tobins Q verwenden, um das mal klarzustellen. Also wir haben S als Symbol für den Wechselkurs immer in der britischen Schreibweise sozusagen, Notierweise aus der Sicht der Europäer, wie viel Dollar kostet ein Euro, das machen wir tatsächlich in den Zeitungen, es hätte genauso umgekehrt sein können, aber es ist nicht so, also gegenwärtig bei 1,10 oder 1,11 oder vielleicht 1,12 und das sei der beobachtbare Wechselkurs am Markt und dann hatte ich schon mal durch die Hintertür vorletzte Woche die sogenannte Zinsarbitrage eingeführt. Vielleicht haben sie nicht aufgepasst, vielleicht waren sie nicht da, aber auf jeden Fall ist es tatsächlich ein Arbitrage Argument, dieses Argument setzt I, den europäischen Zins in Verbindung mit I-Stern, meinetwegen amerikanische vergleichbare Laufzeit und zwar Laufzeit von T bis T plus eins. Also bei ungedeckten Zinsarbitrage nicht gedeckt, also ich meine nicht, dass sie im Termin Verträgen oder Termingeschäften das abwickeln, sondern Mittragung von Risiko, dass ST plus eins nicht da liegt, wo sie es erwartet hat, sondern mal drüber, mal drunter. Wenn man vollkommene Voraussicht hätte, das ist auch quasi um alle mitzunehmen, würde man diese Arbitrage Bedingungen auferlegen. Also eigentlich in der Tat setzt man bei Risikoneutralität die Erwartungswerte von beiden gleich. IT ist beobachtbar, IT Stern ist beobachtbar, ST ist beobachtbar, nur ST plus eins zum Zeitpunkt T ist eine Zufallsvariable beziehungsweise ein Erwartungswert in diesem Fall. Das müssen wir durchrechnen, aber die Logik lässt sich sehr leicht verfolgen. Es geht hier um Bruttorenditen, das heißt, ich kriege meinen Dollar zurück, wenn ich oder meinen Euro zurück, wenn ich einen Euro anlege, wenn ich meinen Euro in Dollar anlege, muss ich erstmal umtauschen zum Wechselkurs T und dann Erwartungen bilden über T plus eins und dann kriege ich natürlich für diese ST kriege ich I Stern T. Und daher kann man tatsächlich genau die Umformung durchnehmen, die wir schon hatten und dann kommt zum Ausdruck, dass der gegenwärtige Wechselkurs Funktion von drei Sachen sind. Erstens beobachtbare Zins zu Hause, beobachtbare Zins im Ausland und nicht bekannte beziehungsweise zu erwartende Wechselkurs Entwicklung drüben. Kleine Fußnote, wenn Sie die Random Walk Hypothesis kennen oder zu ernst nehmen, würde das heißen, dass die beste Erwartung der zukünftigen Wechselkurs Entwicklung oder des Wechselkurses morgen ist der gegenwärtige Wechselkurs, dann würde man quasi das wieder einsetzen und dann hätte man tatsächlich eine Zinsparität, die auf Gleichheit setzt. Wir beobachten das nicht unbedingt, die amerikanischen Zinssätze sind durchaus etwas höher als in Europa, das heißt, es gibt entweder Risikofaktoren, die wir nicht berücksichtigt haben oder diese Random Walk Hypothesis trifft nicht zu. Ja, also dann ist es klar, dass der Wechselkurs von heute wird maßgeblich, eigentlich maßgeblich bestimmt von dem Wechselkurs von morgen, der erwartet wird. Das heißt, deshalb lesen die Devisenhändler ständig Zeitungen, die lesen nicht unbedingt Zeitungen, die haben es auf den Bildschirmen, die haben 15 Bildschirmen um sich herum, Reuters, Bloomberg und sonst was, sie müssen sofort und vor allen Dingen vor den anderen auf Informationsneuigkeiten handeln, ob die Deutschen die Fußball EM gewinnen oder ob irgendwas passiert in Amerika, das sind alle Dinge, die möglicherweise Einfluss heute, weil man erwartet, dass morgen was passiert. Zum Beispiel, was gestern in Orlando geschehen hat, könnte durchaus dazu führen, dass Trump gewinnt und Trump gewinnen heißt ST plus eins. Also es wird nicht heute passieren, es wird morgen passieren, Trump wird nächsten November vielleicht gewählt und das ist ein Grund, weshalb solche Ereignisse, die, ja was kann das sein, aber da muss man ein bisschen weiter denken, die Gewiesenhändler, es sind so viele, die können nicht so blöd sein, die spielen, die dürfen nicht zusammen die Märkte bestimmen, das soll eigentlich ein kompetitiver Markt sein. Die Zinssätze sind auch wichtig, ist klar, also die, wenn die deutschen Zinssätze, die europäischen Zinssätze höher liegen, dann würde man also eigentlich erwarten, dass die amerikanische Divisenkursentwicklung etwas positiv, um das auszugleichen in Erwartung. Aber Moment mal, das ist nicht so einfach, man kann die Rekursivität, also die Wiederholbarkeit dieser Beziehung immer wieder anwenden und in fortgeschrittenen Kursen machen wir das tatsächlich mit, wir machen das richtig, hier machen wir das einfach, um den Punkt zu machen, also eine wiederholte Anwendung dieser Bewertungsregel führt dazu, dass ST plus zwei erst richtig relevant ist, was auch wichtig ist, ist, was der Zins morgen macht, Zins zu Hause und Zins da drüben und und das erklärt schon noch was, warum Janet Yellen nicht nur heute relevant ist, sondern die Erwartungen von dem, was Janet Yellen im September macht, wichtig ist. Wenn man meint, dass Janet Yellen den Zins in der Periodität plus eins anheben wird, wird das sofortige Auswirkungen auf den Wechselkurs heute haben. Die Märkte müssen das immer abschätzen, es kann sein, dass das schlechte Job Report sich niederschlägt in Taubebewegung, taubenartige Bewegung der Federal Open Market Committee Mitglieder, man weiß es nicht. Also das heißt, zukünftige Zinsdifferenziale sind relevant, man kann das natürlich noch einmal wiederholen, dann haben wir tatsächlich eine ganze Kette von zukünftig erwarteten geldpolitischen Differenzialen, und es geht um die Relativität, es geht darum, ob wir in Europa straffer sind oder weniger straff sind, relativ zu den anderen. Das ist das andere, was für die Investoren kritisch ist. Das heißt, es ist bekannt, allgemein bekannt, dass die Zinssätze, die Nominalzinssätze überall niedrig sind, aber eigentlich unsere sind noch niedriger als in den USA. Okay. Das heißt, wenn bei großem Kette, genau wie beim Turbischen Kuh, kann man tatsächlich das ein bisschen abweiter spinnen, aber hier gibt es keine Tendenz, eine geometrische Degression oder degrasive Gewichtung wie bei Turbischen Kuh. Also beim Turbischen Kuh ist, was in zehn Jahren passiert, gar nicht mehr so wichtig. Was wichtiger ist, sind die Dividenden, die dazwischen fallen. Aber hier in diesem Fall geht Diskontierung mehr haben. Wir haben nur ein großes Produkt sozusagen von Zinssätzen und alles, was wirklich, also der Schwanz vom Hund, der den Hund wedelt, ist letztendlich diese langfristige nominale Wechselkurs Bestimmung. Was bestimmt den Wechselkurs in der fernen Zukunft? Erst quer Balke. Hier wird es ein bisschen theoretisch. Wir müssen letztendlich über die Geldneutralität abrechnen oder berechnen, was ist der reale Wechselkurs, der gleichgewichtig ist für unsere Wirtschaft in langer Frist. Und Sie wissen ja, wenn man Deutschland und Amerika oder Frankreich und Deutschland vergleicht, sind die Kaufkraftparitäten relativ gleich, wenn man quasi den Big Mac zum Beispiel anguckt oder den Big Apple, also wenn Sie einen Apple in Deutschland und Amerika kaufen, abgesehen von Steuern, Preise relativ vergleichbar. Noch besser ist dieser Big Mac, also der scheußliche Hamburger, hat eine sehr standardisierte Qualität und Inhalt. Dieser standardisierte Inhalt sorgt dafür, dass der Big Mac eine Mischung aus lokalen, nicht handelbaren Preisen und handelbaren Preisen darstellt. Und erstaunlicherweise quer durch Europa ist der Entwicklung der Big Mac Price in einer Währung relativ stabil. Insofern langfristig kann man davon ausgehen, dass bei vergleichbar entwickelten Ländern, dass diese Kaufkraftparität sich durchschlägt. Und dann brauchen wir nur mal P Querbalken, P Sternen Querbalken zu berechnen und einsetzen. Insofern der reale Wechselkurs, Sie haben das alles schon mal gesehen, ich muss ein bisschen schneller hier durchgehen, wir gehen jetzt immer noch von der Mengennotierung aus, dann setzen wir für S Querbalken ein, haben wir quasi das Produkt aus dem realen Wechselkurs Sigma Querbalken P Sternen Querbalken, das ist Preisniveau im Ausland und P Querbalken das Preisniveau im Inland. Da sehen Sie tendenziell, wenn man tatsächlich eine Hyperinflation in den USA erwarten würde, also ein P Sternen sehr hoch, dann müsste eigentlich langfristig ST auch sehr, sehr hoch sein, das heißt, der Dollarpreis von Euros würde das eigentlich sofort widerspiegeln, je nachdem, wie weit das in der Zukunft liegt. Und die Tatsache, dass es nicht so kommt, ist ein Zeichen dafür, dass die Menschen keine Hyperinflation noch erwartet. Also, kurzfristige Erwartungen, einheimische, ausländische Geldpolitik und diese langfristige Entwicklung des Wechselkurses. Ich möchte auf Letzteres eingehen, bitte lesen Sie mal im Kapitel 14 und 15 noch einmal durch, um dieses zu verfestigen, das wird tatsächlich in der Übung wiederholt, aber hier geht es darum, was bestimmt dieses Sigma Querbalken bei Ländern, die vielleicht nicht ganz auf gleicher Ebene, ich denke, manchmal sehr mit großer Sehnsucht an Norwegen, das ist ein sehr reiches Land mit sehr viel akkumuliertem Vermögen, also ich rede nicht von Geld, ich rede von Vermögen, Norwegen ist ein steinreiches Land, dieses Investitionsfonds hat, glaube ich, 900 Milliarden angelegt, quer durch die Welt, das heißt, die Norweger sind eigentlich gut aufgestellt, also im Gegensatz können sie andere Länder, die hoch verschuldet sind, das völlig anders sehen, nicht, deswegen wollen alle nach Norwegen, weil die Löhne sind höher, die soziale Leistungen sind höher und man weiß ja, die Unis werden auch gut ausgestattet sein, all diese Dinge, das Land schwimmt in Geld, wo kommt das Geld her? Aus Öl von den letzten Jahrzehnten und die haben das nicht vorausgehabt, sie haben das angelegt. Daher das Verhältnis, also letztendlich, es geht wieder um den Wechselkurs, es wird bestimmt, wo der landet, wird davon abhängen, was muss ich in Zukunft eigentlich leisten, um meine Haushalt, meinen Haushalt in Ordnung zu bringen. Und diese letzte Perspektive ist nichts anderes als unsere intertemporale Budgetrestriktion. Also Länder, die lange, lange Überschüsse geführt haben, ich rede jetzt von primären Überschüssen oder von Leistungsbilanz Überschüssen, werden Vermögen akkumuliert haben über die Jahre und werden tatsächlich sich leisten können, langfristig mehr auszugeben, als sie tatsächlich produzieren. Und hingegen Länder, die lange Defizite gemacht haben, viel Kredite aufgenommen haben oder viele Investoren aus dem Ausland haben, werden einen Teil des BIPs abführen müssen. Das heißt Transfer Abroad, ich denke nicht an Griechenland, ich denke an Irland. Irland hat ein BIP pro Kopf, das 20% höher liegt als in Großbritannien. Aber englische Investoren, amerikanische Investoren, deutsche Investoren wollen natürlich eine Rendite für ihr angelegtes Kapital haben und deshalb ist BNI kleiner BIP. Also BIP ist größer als das tatsächliche Einkommen. Schenke ich mir, das kennen Sie alles, aber hier ist das Bild. Hier ist der Mechanismus, wo ein Wechselkurs Veränderung erwartet werden kann, um quasi ein Land dorthin zu bringen, damit entweder die Zinsen bedient werden durch Überschüsse langfristig oder dass man sich leisten kann, leichte Defizite zu fahren und das werden die Norweger sicherlich machen, wenn das Öl ausgeht, weil sie wie die Schweiz das machen kann. Die Schweiz könnte sich leisten, Defizite langfristig machen, weil sie so viel Vermögen akkumuliert haben und der Wechselkurs hilft als Mechanismus, um diesen Zustand herzustellen. Was ich jetzt habe, ist ein Land mit ausgeglichenem, sozusagen, ein Land, das genau das konsumiert, was es produziert und es produziert zwei Dinge. Erstens QN Non-Tradables und QT Tradables. Tradables sind die handelbaren Güter, die tatsächlich verwendet werden können, um Auslandsschuld zu bedienen und QN ist das, was ich nur zu Hause essen kann oder konsumieren kann, meine Wohnung, Transport, Haarschnitte und so weiter. Konsumenten haben Indifferenzenkurven, die so aussehen, diese Indifferenzkurven ergeben mit der Produktionsmöglichkeitsgrenze eine Grenzrate der Substitution, diese entspricht dem Preis nicht handelbaren Güter zu handelbaren Gütern. Und das ist der Steigung dieser Budgetgrade, das ist tatsächlich die Tangentialpunkt dieser beiden Phänomenen, erstmal die Produktionsmöglichkeitsgrenze und die Indifferenzkurven. Und das Interessante ist, was passiert, wenn jemand was wegnimmt von diesem Land, vorne weg, das Land ist verschuldet, muss Auslandsschulden bedienen, das heißt, es muss einen Transfer leisten und zwar, man kann nicht Haarschnitte transferieren, die sind nicht handelbar, es muss handelbar sein, es muss handelbare Güter, es muss von QT kommen, das heißt, die PCR kann nur bedient werden über Transfers im Termini oder in Form von handelbaren Gütern. Und Länder, die Schulden haben, müssen quasi negative Transfers leisten, sie kriegen kein Geld von außerhalb, sie müssen Geld abfüllen und wenn man Glück hat und einfach Transfers bekommt, weil man eben diese aktiver akkumuliert haben, wie Norwegen oder Dänemark oder die Schweiz, auch Deutschland, kann man auch sagen, vielleicht gibt es so viele alte Menschen, die das brauchen, Japan hat wahnsinnig viel finanzaktiver, China auch, das ermöglicht, dass man außerhalb der Produktionsmöglichkeitsgrenze agieren kann. Und hier ist der Mechanismus. Ich zeige es einfach mal. Hier haben wir eine Situation, wo ein positiver Transfer kommt. Also man, im Prinzip kann man die Budgetrestriktionen nach außen schieben, aber ich kann eigentlich nur nicht handelbare, also nur handelbare Güter überhaupt importieren. Und wenn ich das, wenn ich diese Transfer bekomme, immer habe ich eine Situation, wo ich eigentlich mehr nicht handelbare Güter konsumieren möchte, aber ich kann das nicht, wenn ich die nicht selber produziere. Das heißt, ich muss von meinem grünen Punkt nach unten mich bewegen, muss weniger produzieren von den handelbaren, ich kriege sie sowieso als Transfer, dann kann ich meine Konzentration leiten auf die, oder meine Ressourcen leiten auf die nicht handelbaren Güter. Und da würde ich mich wegbewegen zu einem Punkt, der bei QT ist, das heißt, ich würde meine Produktion von nicht handelbaren Gütern intensivieren. Umgekehrt, wenn ich Ressourcen wegtransferiere, das ist der, also es geht nicht nur um Zinsdienst, es geht um Kriegsreparationen, nicht, also die Räuber kommen und nehmen was weg, das heißt, ich habe weniger handelbare Ressourcen und um diese überhaupt zu leisten, muss ich meine ganze Produktion auf handelbare Güter konzentrieren und bei dem neu eingestellten Gleichgewicht wird diese neue Steigung flacher sein, das heißt, ich werde eine Abwertung erleiden oder hinnehmen müssen, als der Preis für diese Transfers. Umgekehrt, wie gesagt, hier vorhin, ach, es ist zu spät jetzt, letzter Blick darauf. Ich mache das nur grafisch, man kann das natürlich alles wunderbar mathematisch belegen, aber ich will nur darauf hinweisen, dass in diesem vorigen Fall, nach der, quasi nach dem Transfer wird es zu einer Aufwertung kommen, das heißt, die Steigung von dieser Steiler wird, die Steigung der Budgetgerade ist nichts anderes als der Internal Terms of Trade, also die Preise von nicht handelbaren ausgedrückt in handelbaren und hier in diesem Fall geht es umgekehrt, das heißt, es kommt zu einer Abwertung. Deshalb, hochverschuldete Länder werden immer eine Erwartung erhegen, dass sie tatsächlich eine reale Abwertung bekommen und man sieht das leider in sehr, sehr viele Fällen und wenn Sie den interessanten Fall von Norwegen betrachten, ist es genau umgekehrt, gehen Sie mal nach Norwegen und versuchen Sie mal eine Pizza zu bestellen und bezahlen Sie 25 bis 30 Euro für so eine Mini-Pizza und natürlich der wichtigste Preis überhaupt, ein Bier kostet 11 Euro. Das ist ein Zeichen, ein Ausdruck dafür, dass eine reale Aufwertung langfristig in diesem Land zu erwarten ist. Okay, gut, sehr viel gesprochen, erzählt, in der Übung wird das alles wiederholt. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und nächste Woche reden wir über Konjunktur. Tschüss. Tschüss. Tschüss.